Was ist in Artikel 27 der Erklärung der Menschenrechte? In Artikel 27 der Erklärung der Menschenrechte heißt es, jeder und jede hat das Recht, frei teilzunehmen am kulturellen Leben und sich an den Künsten zu erfreuen. Warum ist mir gerade dieser Artikel so wichtig? Es geht um Zugang, um Zugangsmöglichkeiten und es geht um die Möglichkeit, sich zu entfalten. Beides ist gerade in der heutigen Zeit, die so sehr von Ausgrenzung wiedergeprägt ist, für uns enorm wichtig. Es ist ein so aktueller Artikel, er liegt mir sehr am Herzen.